Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing Video. Ich war heute einkaufen und zwar habe ich mir einen neuen Hocker gekauft. Ich habe mir folgende Teil gekauft und zwar hier drin ist eine Armlehne, hier drin ist die Sitzfläche und hier haben wir das Unterteil. Die Lehne und die Sitzfläche stammen von Roggensock und das Unterteil ist von Gibraltar. Ich werde jetzt jedes einzelne Paket einzeln auspacken, sodass wir besser sehen können, welcher Inhalt in den jeweiligen Paketen drin ist. Los geht's! Fangen wir mit dem Unterteil an und dieses stammt von Gibraltar und hat die Bezeichnung B9608 und ja, hier kann man es sehen, es stammt von Gibraltar und hier haben wir ein paar Informationen, wie man das Ganze aufzubauen hat und einen Aufkleber hier in der Tasche drin und hier ist nun das Unterteil drin und das ist ein sehr hochwertiges Unterteil für einen Trommersitz und ja, das ist also von Gibraltar, ich hoffe, ihr könnt das sehen und so sieht das Ganze nun aus. Okay, hier ist die Sitzfläche drin, wir haben hier also die Sitzfläche, da ist sie, das ist die Sitzfläche von Roggensock, die ich mir ausgesucht habe, im schönen Blau, schön verarbeitet und ja, ich zeig's euch auch mal von hinten, wunderbar und ja, das war also die Sitzfläche und last but not least, wir haben hier die Lehne für den Rücken und zwar haben wir hier das Teil, wo man die Lehne reinsteckt, das wird unten an dem Stuhl montiert dann haben wir hier den Arm, wo die Lehne dran kommt ein paar Befestigungsschrauben und hier ist die Lehne, das ist also die Lehne, die hinten am Stuhl befestigt wird. Das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn's euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da und für alle anderen, die schon abonniert haben, bedanke ich mich ganz herzlich und ich bedanke mich fürs Anschauen und ja, ich denke mal, heute Abend werde ich streamen die genaue Uhrzeit gebe ich noch bekannt und ja, das war's mit dem Video, ich bedanke mich fürs Anschauen, macht es gut, ciao